5 One-Ups 5 One-Ups 5 One-Ups 5 One-Ups 5 One-Ups 5 One-Ups Ja, da gucken wir mal nach der neuen Galaxie im Schlafzimmer. Gleich sind wir da. Und schwupp. Die ist neu. Ui. Dann machen wir jetzt einmal die Sandinsel-Galaxie, danach einmal die Windgarten-Galaxie, danach wieder die Sandinsel-Galaxie, dann sollte auch die Galaxie frei sein, dann irgendwann wieder hier... Ne, ich dachte, ich könnte irgendwie rauszoomen, weil ich gerade den Bowser nicht berühren kann. Ui. 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 33 Sterne brauchen wir. Auf zur Insel. Sand. Irgendwas. Sand. Was war's? Sandinsel-Galaxie. Ne, Moment. Sandinsel-Galaxie, okay. Der Luftsturm des Sand-Tornados. Uuu. Hat jemand wieder so ein Crocodile aus Uppeldown rausgeholt, oder wie, oder was? Oh, Wüste. Wohl das Biotop auf dieser Welt, was ich eigentlich am wenigsten leiden kann. Bauen sich hier die Knochen trockens auch wieder zusammen? Ja. Also wir können uns wahrscheinlich in diesen... Ah, ich muss drehen. Und dann komme ich hier wie so Probeller wieder runter. Das Lustige ist, dass Marios Kopf an derselben Stelle bleibt. Das bedeutet wohl, seine Arme sind irgendwie seltsam abgetrennt. Jetzt muss ich hier von Tornado zu Tornado... Oh, das ist ein Leben, das hole ich mir. Oder auch nicht. Und wir sind da. Hoho, vielleicht war da noch was. Keine Ahnung, sieht jetzt nicht so aus. Das hier ist ja richtig retro. Die Löcke... Oh, hier ist Sand. Das merke ich jetzt erst. Ach, deswegen. Okay. Oh, ich wollte da dran. Verflucht. Ich darf die Blöcke nicht kaputt machen. Oh. Oh, das war knapper als gedacht. Da oben ist doch was. Ah, maximale Kraft. Irgend so was konnte ich mir doch schon denken. Ah, okay. Das ist lustig. Da oben ist auch noch ein Leben. Das war nett gemacht. Oh, ich schlag sie weg. Und gleich noch den Gumba-Blatt gemacht. Ups. Wollte genau auf diesen Block... Oh. Oh. Mario, drunter! Oh! Mann, das Level hat ja einiges zu bieten. Nein, 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 nein! Oh, shit! Das war gut. Das war ja... Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. ich muss ist das gut auch nie naja egal ich hab die maximale Kraft wollte eigentlich noch die Sternteile mitnehmen so wie geht's jetzt hier weiter ah wer kann denn das ahnen dass man da dran stehen kann ich meine echt hätte ich das kommen sehen was ist denn jetzt passiert ach das geht hier nicht oh verdammt falsche Richtung falsche Richtung und oh ne Feuerblume schüttle als Feuer Mario die Fernbedienung um Feuerwände auszusenden ach das ist auch zeitbegrenzt naja schade ach du meine Güte oh ich konnte mir nicht mal fast alle nehmen na dann los was ist denn das schön viel oh der Sand fließt dir aber schnell ich brauch das Leben nicht na los komm schon ach da kommen wir auch hoch und schwupp hui hä hä ich hab's nicht geschafft muss warten bis das Ding oben ist also ganz drüben ist und jetzt schaffe ich's nochmal dasselbe also hier muss man schon sehr stark den Wandsprung benutzen oh die Blöcke gehen auch noch weg oh können wir den na los jawohl gleich noch aufgenommen sehr schön das Level das war klasse der Luftstrom der Sandtornados war aber vergleichsweise lange Gourmet Luma ist aufgetaucht ja aber um den Luma kümmern wir uns jetzt nicht oh ein Schabernackkomet ja aber nee wir gehen jetzt in die Windgarten Galaxie die ist schön der Himmel der Wind und der Hase oh kein Hase folgen wir dem weißen Hase ins Wunderland was erzählt der mir schüttle die wie Fernbedienung um mit dem Pflaumenkraut höher zu fliegen das geht genau dreimal sprich mit mir ich drück A und er springt wenn du unterwegs abspringen willst drück einfach A wie immer alle Sternteile mitnehmen auch die Gumba Sternteile schließlich brauchen die Gourmet Lumas ja Gourmet Lumas ja die Tufras also die auf dem Schiff aufschauchen immer extrem viele Sternteile das ist gut wenn wir gleich mal ein bisschen fahren und hier werden wir vom Wunder getragen das war aber knapp gib mir mein Schmerzensgeld zack noch einmal los das ist auch ganz lustig komischerweise erinnern mich diese Piranha Pflanzen an Planta Grandas aus oh man ah gut ich bin jetzt fast erschrocken aus ja Zelda was ist das denn oh noch sowas wo wächst die denn hin echt da kann ich wohl nicht hinlaufen achso ja was ist denn das für viel sehr zichtbar ach komm lass mich in Ruhe ich hab gerade aus irgendeinem Grund A gedrückt anstatt zu schütteln sollte einem nichts passieren wow und noch eins so ein Mist 170 Jahren kann ich schon sehen da drüben ist schon eine riesige Piranha Pflanze schon gesehen natürlich oh noch so eins jetzt ist der unter der Erde betolgt oder was ah ne der hier oben oh was ist denn hier nur los so viele Ranken ach man ich dachte ich lande direkt da drauf bring drauf ah da sind wir ja bei den Hasen richtig glaubst du du kannst mich fangen und wie ich das kann den schnappen wir uns oh man der ist aber schnell also der macht doch riesige Sprünge der ist ja fies ah ey scheiß auf das Leben oh Mist der wird doch wohl irgendwie diesen Hasen kriegen ja ich hab ich hab verloren dafür geb ich dir diesen Stern wir haben 17 Leben gesammelt was so da können wir jetzt noch einmal die Sandinselgalaxie machen so was erwartet uns denn diesmal kommt ein Endboss ein Endboss jenseits des endlosen Treibsands das ist irgendwie allein diese Aufgabe ist schon irgendwie ein Paradoxon oder ich meine jenseits des endlosen Treibsands ist ja auch egal wusste ich doch die feuern wir alle weg auf einen muss ich drauf springen ach das gibt's doch nicht das ist nicht euer Ernst oh der Big Boss die kenn ich schon oh Super Mario 64 oh er kann auch noch im Sand stecken bleiben was ist denn da drüben auf der Insel oh 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 ho 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 fies was also das war wirklich fies ich wusste doch da ist doch noch irgendwas und dann gucke ich einfach nicht drunter noch zwei Stückchen da ist noch eins da drunter ist auch noch ein Panzer den nehmen wir erstmal mit und noch ein Stückchen da ich komme nicht vorwärts na dann geben wir noch eine Runde und wo war's denn da achso ich soll hier okay ja das ist jetzt seltsam wo lang ich gehe einfach den Weg hier ich glaube die nehmen sich jetzt beide nicht so viel aber hier gibt's Sternteile irgendwie habe ich daran schlechte Erinnerungen kommt mir bekannt vor mit denen kann ich mich auch schleudern warum müssen diese Sandstürme jetzt unbedingt Augen haben nein 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 oh also dieser Treibsand hier bedeutet tot gut na na endlich die haben es aber auch nicht irgendwie auf mich abgesehen oder so schafft mit einem Weitsprung und wo kam plötzlich noch Sternteile angeflogen das ist mir alles zu riskant mit dem blöden Wirbelstürm jetzt bis ins Loch bis ins Loch nee da musste ich noch irgendwas aktivieren und dann kommt hier was raus stimmt ach ich wollte das Leben genau genau ach und zeitbegrenzt war das auch noch na dann muss ich mich beeilen und jawoll jawoll ah sehr schön ich glaube wir brauchen noch zwei Sterne dann können wir uns wieder ne einen sogar nur gut Leute dann naja wir machen wir nächstes Mal Boser noch nicht wir sammeln noch einmal nur Sterne und dann stellen wir uns Boser also Leute bis zum nächsten Mal haut rein gut ich bin morgens wir sind Untertitelung des ZDF, 2020